Thiryan Mukha Uttita Trikonasana ist das querschauende, aufgerichtete Dreieck. Anika zeigt, wie es geht. Gibt die Beine etwa 1,20 bis 1,50 Meter weit auseinander, rechten Fuß 90 Grad nach rechts, linken Fuß 15 bis 30 Grad nach rechts und gibt dann die rechte Hand, das Bein entlang nach unten, bis die Hand am Boden ist. Hebe dabei den linken Arm nach oben zur Decke. Das ist dann nämlich Uttita Trikonasana, aufgerichtetes Dreieck. Und jetzt Thiryan Mukha heißt schaue zur Seite. Also während du den Arm Uttita, also aufgerichtet hast, schaust du zur Seite und so hast du eine sanfte Nackendehnung. So-Amo upstream je-Zquise-Rigeln. So-Amo upstream je-Zquise-Rigeln. So-Amo upstream je-Zquise-Zquise-Rigeln. So-Amo вс-Amo invece-PS � VERY mangler sheep.